Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Zahlen sind hier mehrfach genannt worden. Die Notwendigkeit, die Spendezahlen zu erhöhen und das zu unterstützen, ist auch vielfach genannt worden. Deshalb ist es für mich ebenfalls unverständlich, dass wir an dieser Stelle eine Debatte führen, die eigentlich den Kern dessen, was schon in einem Gesetzentwurf vorliegt, ein Stück weit überdeckt. Mit diesem Gesetz zur Verbesserung der Zusammenarbeit und Verbesserung der Strukturen bei der Organspende wollen wir genau das machen, was zu einer Erhöhung der Organspendezahlen führt. Deshalb war es dann noch mal mehr unverständlich, dass der Minister, der dieses Gesetz vorlegt, diese Debatte lostritt. Von daher, ich will noch mal sagen, es ist wichtig, natürlich, und die Zahlen 12 000 Menschen warten auf eine Spende, da ist das ganze Elend eigentlich schon ausgesagt. Angehörige, die um ihre Kinder, um ihre Ehepartner bangen, das ist alles wirklich ein unglaubliches Leid. Und natürlich ist das Leid auf der anderen Seite genauso unendlich. In irgendeinem Krankenhauszimmer gefragt zu werden, ist der Angehörige als Organspender, kommt der, ist der zur Verfügung, stellt er sich bereit. Was sagen Sie? Und mit der doppelten Widerspruchslösung würden wir vor allen Dingen die Angehörigen vor diese schwierige Aufgabe stellen. Wir würden Ihnen sagen, Ihr Vater, Ihre Mutter hat nicht widersprochen. Wie sehen Sie das? Und dann ist das Problem, dass wir im Prinzip genau auf dieser Grundlage eine Organspende provozieren, die ich aus ethischen, aus anderen Gesichtspunkten, aus den zentralen Fragen. Wie kriegen wir es hin, dass auch kleinere Krankenhäuser den Blick auf die Entnahme haben? Weil in kleineren Krankenhäusern versterben die Hälfte aller Menschen. Das sind die Todesfälle, um die es geht. Da muss man den Blick drauf haben. Wie kriegen wir es hin, dass die Entnahmekrankenhäuser das nicht nur als unwillige Pflichtaufgabe empfinden, sondern dass sie sich auch der Sache annehmen und sagen, ja, ich leiste damit auch einen wichtigen medizinischen Beitrag? Und wie kriegen wir es hin, dass die Vergütung dann auch stimmt? Und da komme ich auch als Reisende nach Spanien und nach Dänemark auch noch mal auf die Erfahrungswerte in diesen Ländern zu sprechen. Und ich sage aus den Gesprächen, die wir dort geführt haben, und auch den Untersuchungen, die es gibt, gibt es keinen Zusammenhang zwischen Widerspruchslösung, Zahl der Organspende, Zustimmungslösung, Zahl der Organspende. Es liegt allein an den Strukturen. Wie kriege ich es hin, dass wirklich in den Krankenhäusern, in den Entnahmekliniken Transplantationsbeauftragte wirklich eingebunden sind, Intensivmedizinerinnen und Intensivmediziner da den Blick drauf haben und auch geschult sind und in der Ausbildung dazu auch ein Wissen sich aneignen können? Wie kriegen wir es hin, dass Pflegerinnen und Pfleger dabei sind und auch in einem Team auch christlicher Beistand, theologischer Beistand sichergestellt ist? Denn niemand von uns möchte sich vorstellen, in irgendeinem kahlen Krankenhauszimmer zu sitzen und mit dieser Frage allein zu sein, egal ob ich widersprochen habe oder mich entschieden habe. Niemand möchte mit dieser Frage allein sein, sondern er möchte medizinische Auskunft haben, er möchte ethischen oder religiösen Beistand haben. Dafür müssen wir sorgen. Vielen Dank. Vielen Dank, Hilde Mattheis. Nächste Rednerin, Dr. Claudia Schmidke.